Hey, meine Rabauken, herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Roblox-Session zusammen mit Elina und Gambo. Yeah, skin up! Gambo sieht wirklich aus wie der komplette Null-Robux-NPC-Halter. Junge, das stimmt! Du hast einfach den Standardtyp genommen und dich einfach blau gemacht und das war's mit dem Skin wirklich, Junge, ey. Ich bin noch neu in dem Roblox-Game, Leute. Ach, dir ist ein Geschenk, ich öffne das, ich werd rich. Junge, habt ihr das gesehen, was da rauskam? Wahrscheinlich war es nicht, ne? Doch, habt ihr gesehen? Crack! Crack! So, passt auf, ich erklär euch jetzt Roblox. Also, ihr habt rechts Geschenke, die müsst ihr abholen. Bam, bam, Alter, schnell. Dann habt ihr Glücksraddreher, die müsst ihr Glücksdrehen. Zack, oben, bam, bam, bam. Was krieg ich? Bam, bam. Oh, ich hab leider nicht Thanos gezogen, das wär's gewesen. Dann müsst ihr euch hier an den Figuren hochtrainieren. Zack, 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 zack. Und wenn ihr genug trainiert habt, habt ihr genug Energie. Hör, Bruder, ich bin im Omega-Modus oder so, guck dich das mal an. Ja, schnell die Autos kaputt machen, Leute. Hey, jetzt ist Omega-Modus vorbei, aber kacke. Oh, Bruder, alle mit Eimer. Hey, das war krank, oder? Das war ich. Echt? Wettbewerb machen. Das war safe, du. Ja, zeig mal, soll ich mal zeigen? Ein Wind nur an der Tankstelle. Soll ich mal zeigen? Ja, mach mal einen Hit, Elina. Ich hau mal richtig durch. Ja, jeder sieht seinen eigenen Autos, du Quatschkopf. Ich seh gar nicht. Ich hab alle durchgehauen. Ja, ich hab auch alle durchgehauen. Gambo, du auch? Ich bin gelogen. Immer schön die Gems einsammeln. Die braucht man bestimmt für Helden, würde ich vermuten. Da liegen noch ein paar. Zack, so, also. Wir können in die nächste Welt bei über diese Regenbogentreppe. Hä, können wir schon, Leute? Ich hab aber noch nicht fünf Siege. Hä? Ach so. Aber warum hab ich fünf Siege? Ach ja, weil ich Double Siege gekauft hab. Ich werde der nächsten Welt aus dem Weg mit euch gewinnt verdienen. Ich warte hier auf euch, Leute. Darf ich mal kurz angeben? Ich hab einfach Zorro aus One Piece hab ich hier. Ah, guckt mal. Unten rechts ist dieser Balken. Und wenn der sich füllt, dann habt ihr diesen Omega-Modus. Oh, okay. Und dann muss man schnell zu den Autos und die... Ey, man kriegt zehn Siege bei der nächsten. Einfach verzehnfacht. Jo, hast du das Geschenk geöffnet, Ben? Ja. Warte, geht mal auf. Warte. Es ist ein bisschen viel hier. Wo muss man hindrücken? Ihr müsst auf... Oh, Schwertkampf. Let's go. Ich hab auf Ja gedrückt. Ich auch. Ich zerfetz euch anders. Oh nein, ich bin im Omega-Modus. Das wollte ich nicht. Na, ich weiß nicht, ob drei Leute reichen. Ehrlich gesagt, damit das stattfindet. Müssen wir gleich testen. Wir müssen irgendwie... Ah, ihr geht auf Laden. Auf Laden. Oh, es geht los. Battle-Bereich. Junge, ihr... Ich bin richtig ready. Nee, guck mal, wie süchtig der eine ist. Hauf auf Gambo. Wir targeten Gambo weg. Nee, wir targeten den anderen. Ja, ja, alle auf den. Gegen den Wilden da. Wer ist das denn? Das ist jemand, den ich wahrscheinlich geedit hab, um Boosted im Simulator zu kriegen. Ja, süchtiger. Haut den weg, Leute. Ich versuch ihn weg. Ja! Nee, der ist nicht weg. Mann, ich hab ihm so einen Baba-Hit gegeben. Wir müssen den Kombo und wegkommen holen, Alter. Ja, ja, ja. Ja! Jetzt nur noch wir. Aua. Geben solche Idioten, ey. Guck mal, ich hab ihr Lina so eine Backpfeife gegeben. Boah, ich mach was richtig Schlaues. Hä, wie kann Gambo das überlebt haben? Der lag, der spielt dann sein Wehle. Oh, jetzt kommt er. Boah, was? Bruder, woher? Was? Woher hat die Omega-Modus grad? Ciao, Gambo, hau rein. Ich bin raus. Nee! Uh! Junge, Elina cheeset. Da hab ich die aber weggehauen. Ja, die hat komplett gecheatet. Ich hole ein Geschenk ab, Abschattet. So, drückt mal auf Laden, oben links. Auf den Laden. Und dann geht ihr auf Potions, weil wir haben einen Haufen Potions in diesen Geschenken bekommen. Die aktiviert ihr jetzt mal alle. Verwenden. Wo ist denn Laden? Ach da, Laden. Oh, ich hab zwei. Oh, ich glaub, ich muss richtig durch. Alles, nee, nee, alles aktivieren. Bam, bam, doppelt. Auch wenn es zweimal das selbe ist. Ja, ja, alles aktiviert. Das deckt sich. Jetzt haben wir eine halbe Stunde. Ich glaub, Double Damage und Double Gems. Ah, nee, Double Energie ist das. Boah, da ist ein Drehrad. Kann man das drehen? Einmal, ja. Ja, klar. Das kannst du alle 24 Stunden drehen. Ah, guck mal. Ihr könnt euch bessere Schwerter kaufen. Da kriegt ihr mehr, ich vermute, mehr Schaden. Okay, Schuhe gibt's für Vince. Ich hol mir der Sunblade. Ich hol mir die Dolle an. Die kostet 200. Sun Dragon Blade hab ich jetzt. Ich hol mir Poop. Poop? Ich komm, ich hab Poopfußandrück jetzt. So, ich seh aus wie ein Samurai. Ich bin Samurai. Wo bist du? Ich seh dich gar nicht. Seid ihr immer noch im ersten Gebiet? Ich bin awesome, Elina. Nein, hä? Ich bin beim Regenbogen. Ich kann ins dritte Gebiet. Aber was ist das hier? Limited. Ich bin anders im ersten Gebiet. Warte mal. Ach so, das ist... Und was ist das hier hinten mit den Schwertern? Da kann hier irgendwie eine Rakete starten oder so. Bist du bereit, die Herausforderung zu beginnen? Schmied. Ah, hier kann man für Gems Sachen kaufen. Mehr Schaden, mehr Macht. In welchem Gebiet bist denn du? Im zweiten. Ich kaufe mir mehr Schaden und mehr Macht. Kolossus. Boss besiegen. Muss man für Gems kaufen. Haben wir nicht genug. Okay, das sind anscheinend Special Waffen. Okay. Ich glaube, dafür sind wir noch nicht bereit. So, wo kann ich denn Helden ziehen, Elina? Ähm, bei den Pokébellen. Ah, äh. Ah, hier. Gibt's denn das? Ah, da zieh ich in der dritten Welt aber welche. Ja, das mach ich auch gleich. Ich hab grad Roblox gekauft. Hahaha. 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 Der Papast sich neuen Style, Alter. Ich kann das nicht mehr. Hahaha. So, äh, wie teuer sind denn diese Helden? Äh, 50 Wins. So, die haben wir doch. Gehen wir mal rein. Ich hab nur noch 11. Warte, Co. Äh, warte, kriegen wir jetzt hier raus. Zoe. Okay, nochmal. Da bin ich aber pleite. Willis. Alter, ein Skifahrer. Ich hab auch Willis. Das ist der schlechteste. Ach, scheiße. Besten noch. Die geben ja über Boost mal 4. Oh, ich hab boah. Alter, ich mach jetzt 60 pro Hit an Energie. Ich kauf noch eine. Ich mach jetzt einen auf. Ah, zweimal Willis. So ne Scheiße. Helidom. Let's go. Das sind Wohnwagen hier. Ist denn wirklich in dem Level Wohnwagen, Gabbo? Echt jetzt? Ja. Oh mein Gott. Boah. Ey, der freut mich jetzt einfach. Jaja, die boosten ab nochmal. Max, ich glaub ihr könnt 3 ausrüsten. Hm. Ich kann 6. Yeah. Woran liegt das denn? Wie kommt man denn ins nächste Gebrief? Boah, ich seh deine Pupstreifen da. Ja. Ganz recht. Ich im Zug. Ich in der Paralleldimension in dem Zug, ey. Wo es dann doch nicht geklappt hat mit der Toilette. Man zieht nur Zoe. Ich hab viermal Zoe gezogen. Was ist das denn? Schwertkampf. Let's go. Ey, ich muss grinden. Ich hab angenommen. Boah, okay. Wie viel mach ich jetzt pro Hit? 140. Geschmack. Geschmack. Geschenk abholen? Wie viel Wins brauch ich denn für die nächste Dimension? 500. Das ist schon teuer, ey. Müssen wir eine bessere Waffe kaufen. Ey, ich hab das Minecraft-Schwert. Minecraft-Diamantschwert. Ne. Hä? Sieht so gut. Ich hab jetzt wirklich clean Minecraft-Schwert einfach. Boah, ich kann das jetzt, glaub ich, one-hitten. Ah, nee, doch nicht. Das ist schon schwer hier, das Level zu one-hitten. Ja, mega. So, jetzt bin ich hier durch. Jetzt kann ich mir die Geldfußabdrücke kaufen. Die wollte ich mir nämlich eigentlich kaufen. Sag mal, Gambo, bist du nicht in unserer Welt? Wo rennst du rum? Hä? Ich mach grad diese Autodünste. Ja, aber du musst auch die Welt immer weitergehen. Geh ich doch. Ich bin lieber die Regenbogenbrücke gegangen, Ben. Ah, hier. Aber du kannst doch nicht schon in die nächste? Äh, nee. Erst ab 50 Siege. Die hab ich noch nicht. Mir fehlen noch 13. Hä? 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 Ich hab's aber gleich. Aber wieso hat Elina das schon? Ja, weil Elina hackt. Ich hab schon früher angefangen, hab ehrlich gesagt. Ich kauf mir ein neues Schwert, okay? Pass auf. Ich hab mir das Diamantschwert gekauft. Hier, ich hab's in der Hand. Aber ich rebirfe jetzt, glaub ich. Oh mein Gott. 500 Siege fürs nächste Level. Ich kann das alles nicht. Ja, aber du kriegst doch immer mehr auch. Darfst du ja nicht vergessen. Ja, okay. Ihr müsst auch rebirfen irgendwann mal, ne? Ja, was sagst du jetzt? Das sind diese ... Ich hab auch grad das erste Mal nur gemacht. Das sind diese Kreispfeile. Da boostet ihr euer ... Also wie viel ihr beim Training bekommt. Lina, ich seh, dass du noch nicht gerebirht hast. Ach, soll ich machen? Ja, ja, safe. Boah, Lifestyle, schick mir ne Handelsanfrage. Ja, trade mal. Jetzt, nimm mal an von dir. Was soll ich denn traden? Wie denkst du das? Ja, nimm alles, was er dir gibt. Boah, der hat mir was richtig helfen. Ja, Elina wird jetzt uns anders abhängen, nämlich. Das ist no joke jetzt. Hier wird überkrasse Sache jetzt bekommen. Echt jetzt? Ja, ja, safe. Boah, sechs Mal hat der mir gegönnt. Raus mit Willis und rein mit Ross. Die verkauft sofort ihre ganzen Helden, Alter. Scheiß auf die los. Zack. Mann, es dauert mir am längsten einfach bis dahin zu laufen. Ich mach die Wohnwagen mit einem Hit weg. Junge, ich brauch sechs. Ich bin jetzt dafür. Also ich mach die ganze Reihe mit einem Hit weg, mein ich. Alles klar. Ne, ich hab 25.000 Stärke halt. Du hast 700. Pass schon, Bro. Ich mach mein Ding. Ich bleib dran. Hast du deine Booster aktiviert? Sind unten links bei dir zwei Tränke? Ja. Okay. Wir öffnen das Geschenk hier. Ben ist einfach schon fünfmal an mir vorbeigerannt, ne? So. One Piece Zone. 2500 Dinger. 250 Wins. Okay, wir holen uns mal neue Helden. Wir müssten ja eigentlich jetzt, äh... Kuma Bartolomeo. Bruder. Hä? Oha, also ich hab hier schon wieder, muss ich ehrlich sagen... Elina, was gibt dein Held, dein bester Held, den du von Dings bekommen hast, von Lifestyle? 6,5. Hä? Dann hat er dir ja voll den Ramsch gegeben. Sehr schlecht, dass er schon sicher gezogen hat. Ich hab 1,6. Warte, ich geb dir was, Gambo. Oha, ja. Warte. Oha. Zack. Irre. Dafür will ich zehn Euro. Hahaha. Okay. Haha. Ey, ihr könnt jetzt bei Geschenken einen Helden abholen. Boa. Eigentlich zeitlich müsste es klappen. Oder ihr braucht noch ein paar Sekunden, weiß ich nicht. Ich hab schon Boa. Die hat 7,7. Ich hab Boa doch nicht. Die ist anders stark. Warte, ich kann doch bestimmt ein Überschwert mir holen. Ne, hä, wie teuer. So, warte mal. Das mit diesen... Also das mit diesen... Wir müssen diese Boss-Challenge mal machen. Das hab ich noch nicht ganz verstanden. Weil da kannst du nämlich ganz schön krasse Schwerter freischalten. Weil wenn ihr mal unten links auf großes Schwert drückt, man hat unabhängig davon, welche Waffe man kauft, irgendwie auch ein Schwert auf dem Rücken. Seht ihr das? Ja. Und das kann man irgendwie auch noch verbessern. Und das kann man hier in dieser Boss-Zone verbessern, im zweiten Gebiet. Man muss selber den Boss besiegen. Ah, die haben Fähigkeiten. Zum Beispiel gibt das jetzt hier plus 30% Schaden und so ein Kram. Kann ich auch Laufgeschwindigkeit erhöhen? Ne. Ich mach jetzt die Boss-Challenge. Der Boss ist aufgetaucht. Teleportiere und... Das ist der Boss, oder was? Ich drück da anders auf. Ja. Der Boss ist einfach ein Raumschiff. Was ist das denn? Den besiegen wir locker. Wir haben noch 1 Minute 20 Zeit. Da können wir viel krassere Bosse direkt sogar machen. Warm. So ein Ding. Jetzt geht mal auf die... Hä? Es geht weiter, oder was? Ja. Ach, der hat mehrere Stufen, oder wie? Oder hat jetzt jemand anders den beschworen? Weiß ich nicht. Aber der ist stärker. Ja. Ne, 6,3 ist doch gleich, oder? Wir müssen jetzt das Kolossusschwert eigentlich freigeschaltet haben. Ja, ja, haben wir. Für 125. Ja, ja. Und jetzt haben wir den jetzt hier. Ah, okay. Ah, okay. Wir müssen den immer wieder besiegen, ja. Aber jetzt ist Cooldown. Kacke. Aber ihr könnt euch jetzt das Kolossusschwert für Gems holen. Hä? Ich glaub, der kauft das dauernd für Robux. Oha. Weil eigentlich ist Cooldown. Hä? Der war ja anders. Junge, der hat die Run-It gelegt. Das kostet jetzt 2 Euro, Bruder. Wie viel gibt der aus? Jedes Mal 2 Euro. Ja, warte. Wir brauchen noch einen Boss. Aber jetzt macht er grad nicht nochmal, ne? Wenn wir jetzt noch einen Boss hätten, könnten wir uns nämlich dieses Magma-Schwert hier alle holen. Für 800 Gems. Also ne, wenn man 800 Gems hat, jedenfalls. Passiert ja. Oh doch, er hat nochmal. Hab's grade aufgeladen. Ha. Ich hoffe mit Creator Code. Nice. Jetzt muss ich mal Gems sammeln. Jetzt könnt ihr hier auf die 5 gehen. Und wenn ihr dann 800 Gems habt, könnt ihr euch das Schwert kaufen. Habt ihr das auf dem Rücken. Die 5. Aber 800 Gems werdet ihr nicht haben, denk ich mal. Hä? Ich hab 3.000. Hä? Wo, hä? Ich hab 600. Ich hab 600. Ja, von den Kämpfen. Ah. Junge, das sind Panzer hier in der letzten Zone. Ich krieg hier für 3 Gems für einen so einen Run. Was ist das denn? Ich muss gewinnen, Leute. Hey, seid gar nicht dabei. Nur die anderen. Ja, ähm, ich muss grinden. Elina ist anders am Grind. Ja. Egal. Es sind nur 3. Das heißt, ich bin schon mal safe Top 3. Oh. Oh mein Gott. Ich glaub, ich weiß, was das Schwert macht, wenn man das auf dem Rücken hat. Das macht dann krassere Attacken. Ah, die Special-Fähigkeit. Ja. Ja, 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 ja. Oh, der eine ist fast tot gewesen. Na, ich kassiere nur. Boah, die Special-Fähigkeit fällt viel länger an. Oh, ich hab einen gekillt. Ich hab einen Double Kill gemacht. 1.000 Diamanten. Jetzt kann ich's mir auch leisten. Boah, als erster. Waro-Titan-Wall-Schwert. 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 Waro-Late-Gewinner. Jo. Magma-Schwert. Ich hab meine Maus getapet, Leute. Hahaha. Mein Finger fällt gleich ab. Boah, das sieht geil aus. Ich hab eine Zahnbürste an meinem Maus gemacht. Boah, okay. Was hol ich mir jetzt hier? Ich will Regenbogen. 2.500 Wind. Ganz schön teuer, ey. Das erste Mal gleich die Super-Fähigkeit vom Magma-Schwert, Leute. Wie sieht's aus? Oh, das hat man sich ja nicht gesehen. Bei dem Moment VIP-Kaufen aufgeblockt ist. Hahaha. Die hält aber voll lange an. Ja, Junge, das sind so Xe, ne? Ja. Krank. Was soll ich machen? Ah, ja. Ben, voll krass. Du hast ein Verifizierungszeichen neben deinem Namen. Hä, wieso hast du das nicht? Weil ich irrelevant bin. Hahaha. Hä, aber du wüsstest das auch haben eigentlich. Ja. Leute, ich geh jetzt in eine neue Dimension. Haut rein. Was? Ich würde aber auch... Warte, warte auf mich kurz. Ich hab 481. 481. Nur noch 20 oder so. Hä, ich seh dich doch hier gar nicht. Doch, doch, doch. Nö, wo bist du? Hier, warte. Ich bin hier. Ja, Lina, ich bin schon... Also, ich bin schon in den Übernächsten. Ich bin hier, guck. Ja, aber ich kann jetzt in die Nächste. Hahaha. Ich kann hier durchs Portal. Tschüss, Lina. Passt da rein. Hahaha. Viel Spaß. Alter, hier sind Panzer. Das ist ja richtig Heimat. Boah, hier ist es viel cooler. Viel Spaß. Boah, ich hab die mir geleckt bei dem Geschenk. Hier sind One-Piece-Dinger. Wie heißen die Schiffe? Regenbogenmaschine. Ja. Oha. Geschenk abholen. Es ist ja gar nicht so cool. Warum denn nicht fehlen? Weil ihr fehlt. Oh. Oh, das ist ja süß. Hahaha. Was kann ich denn mit 7000 Energie machen? Kann ich denn mit so etwas cooles kaufen? Na, du machst halt mehr Schaden. Also sollte man das vielleicht jetzt auch nicht unbedingt ausgeben. Ich hab einen legendären gezogen. Katakuri, Alter. So, jetzt können wir uns holen den Regenbogen. 21% Laufspeed. Das sind wir schon gut schnell. Ich bin hier so am Butterflyen, Leute. Alter, 15.000 Wins brauche ich jetzt für die nächste Dings. Das ist ja Crank. Zack. Nächstes Gebiet. Och man, ich wollte gerade in dein Gebiet rein. Ja, aber dann sind wir zumindest in derselben Welt. Außer Kabo. Ich bin Weltraumschrott. Haha. Geschenk. Jetzt bricht wieder alles zusammen. Oh. Ich kann in die nächste Ebene. Da sind Panzer, Junge. Du bist jetzt bei den Panzern. Benjamin. Hör auf. Spuck nicht auf mich. Ich kann das nicht. Roland hab ich gezogen. Roland Kaiser. Alien. 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 Alien hätte ich fast gesagt. Alien, natürlich. So, nochmal. Kauf mir erst mal neue Helden. Roland nochmal. Rus. Na, einmal brauche ich noch. Zack. So, wieder Rus. Usopp. Boah, mal 17. Ich mein, besser. Rein in die Wiedergeburt schmeckt. So, ich kann auch wieder Dings. Wiedergeboten. Aber lohnt sich das? Warte mal, erstmal das geschert vielleicht. So, ich hol mir jetzt das Swift. Taylor Swift? Taylor Swift hab ich gesagt. Bist du ein Swifty? Wie viel kriegt ihr pro Schlag Energie? 215 oder so. 2.800. Fürs Gute am Aufholgabenbuch, streng nicht weiter an. Benjamin, ich hol dich doch. Das ist ne Lektion fürs Leben ja auch. Du weißt gar nicht. Also warte, ich wollte doch hier diesen. Das ist eigentlich ja. Wie viel 2.500 Sieger? Ne, ich mach 1.900. Also Energie bei den Puppen, mein ich. Jaja. Ah, ich brauch 7 Rebirths jetzt für das nächste Gebiet. Gott, oh Gott. Ach Gottchen, ach Gottchen. Genau. Vielesgadage wie ne Oma. Hä, geht das nicht? Ne, oh Gott. Ich hab irgendwas gemacht mit deinem Autoklicker, was ich nicht machen wollte. Mit deinem was? Äh, ich mein... Autoklicker? Wie bitte? Äh, weiß ich auch nicht. Ich klicke mir hier den Finger wund. Achso, ich hab ja... Ich hab gar keinen Tesafilm mehr. Joke. So, da haben wir die siebte. Boom. Neues Gebiet. Freigeschaltet. Void Machine. Mann, ich krieg hier nur Scheiße. Ich bin... Ah, da müssen wir Rainbow machen, aber... Boah, wollen wir mal ein Void-Haus-Tier machen? Mach mal ein Void-Haus-Tier. Das wird ein bisschen dauern, Leute. Wie viel Platz hab ich denn im Inventar? Ah, okay. 90. Das heißt, wir ziehen jetzt mal, wie bescheuert dieses Ei. Okay. Da brauchen wir aber noch viel mehr Winnerings. Ich frage mich, ob ich das sagen kann, dass vier Freunde hier in meiner Lobby sind, aber ich trotzdem nur 20% Boost kriege. Das ist doch 40%. Da wird der Entwickler wieder gepennt, ey. Ey, ihr könnt oben links, könnt ihr was beanspruchen. Ja, Mann, das hab ich auch. Und zwar Roronoa Zorro Max und Tränkenhaufen. Boah, das ist richtig viel. Junge, das ist der übelste, stärkste Schwertkämpfer überhaupt. Mal 14! 49! 49! Jetzt mach ich 900 Schaden. Das ist zwar immer noch die Hälfte weniger als Ben. Ne, weniger. Ich mach 3600. Ich hätt gern das Unicorn-Schwert. Da brauch ich 10 Millionen Dings für. Das ist ein bisschen viel, ne? Ah, es gibt nochmal ein Pack. Aber da müssen wir zwei Tage spielen, Leute. Bis morgen wieder zurückkommen. Das packt. Soll ich jetzt ein Void machen? Hm... Vielleicht mit 10 Rebirths, ne? Vielleicht, was das hier... Achso, ist die Void-Maschine. Äh, ja, Mann, ein Rebirth. Eine Million brauch ich jetzt. Ei, ei, ei. Rein in die nächste Wiedergeburt. Alter, du rasierst die, Nina. Das ist ja... Uh, du darfst mich fast rein. Wie geht das? Ja, aber wie viele Siege hat da? Geile. Ihr habt doch so Ultra-Lack-Portions. Nimm die auch mal, dann zieht ihr bessere Haustiere. Alles rein. Alles ist cool. Kann die Wind wieder was? Nee, es ist doch kein Wettstreit. Das ist ja ein absoluter Wegstreit, Gabriel. Wegstreit? Wegstreit. So, das kostet 15.000. Wir brauchen halt ne Menge Wins, damit wir das auch aufziehen können. Weil das krieg ich ja in Void gar nicht zusammen. Weltuntergangszonen-Portal. Die nächste Zone ist Weltuntergang. Weltuntergang. Da will ich da hin? Da will ich gar nicht hin. Die Welt geht unter, bevor ich mal da hin. Ja! Ich hab Cambo ja anders die... Ey, du hast abgebrochen, du Idiot! Nein! Schick mir! Schick mir! Schick mir! Schick mir! Okay, jetzt kriegt sie Elidas. Das ist besser als wir alle. Ja, weil ich's mir eher gekauft hab. Ich hab mir jetzt auch Zwift gekauft. Zwift hab ich auch. Regina ist auch bei den Rebirths gleich gezogen. Sieht wieder schlecht aus für dich, Cambo. Die Haustiere hätten eine Wendung sein können, aber das war kackt. Okay, 15.000 Minz. Wie viel ist das mit dem Multiplikator? 60k. Naja, das sind aber gerade mal vier Haustiere pro Run. Da krieg ich ja ein Void niemals zusammen. Die Leute müssen jetzt ein Like da lassen, weil die Likes, die auf das Video kommen, werden den Trophäen umgelegt. Hahaha. Leute, für jeden Like kriegt Cambo ein Win. Und ihr könnt jetzt entscheiden, ob er die Wendung gegen Jelina schaffen kann. Genau jetzt! Ambo, du hast 40.000 Trophäen bekommen! Let's go! Oh mein Gott! Ich bin übelstark! Ich bin Frau Ben! Haha. Ben hat 1,2 Millionen Macht! Katakuri Max! Nee, den guten kann ich gar nicht gebrauchen, Alter. Ich will die schlechten. Den zieh ich doch niemals oft. Hä? Okay, ich zieh nur Only. Abfahrt. Okay, das ist doch die Booster. Ich hab dreimal den Obermacker hier gezogen. Viermal. Ich zieh nur den. Mathematisch unmöglich, aber so ist es. Ich hab, äh, S gezogen. S? Ja, der heißt der S. Ich kenn den aber. Das ist der... Oh Gott, jetzt wird's Kommentar regeln. Das ist, glaub ich, der Bruder von Ruffy oder so. Du meinst Ace! Ace! Aber da steht A-S-S! Aber da steht A-S-S! Aber da steht A-S-S! Da steht A-S-S! Das heißt ja wohl S. Junge! Das ist Feuerfaust Ace. Das ist der Bruder von Ruffy. Hat der auch so einen Hut auf? Der hat so, wie, verstehe ich nicht? Na, einen Hut, der hat einen Hut auf. Ja, ja, der hat einen Hut auf. Ja, ja, der ist es, ja. Okay, die Max habe ich sehr oft gezogen. Ich denke, das könnte jetzt gleich klappen mit Void. Und ich schenke dann einem von euch dieses Haustier. Ich habe wieder S gezogen. Der ist mysteriös. So, jetzt bin ich, jetzt bin ich pleite, Leute. Jetzt müssen wir zur Goldmaschine. Ja, ich habe den schon oft, aber ich weiß nicht, ob das reicht. Ich brauche ja mehrere Gold, um den dann Rainbow zu machen. Aber für Void brauche ich nur ein Rainbow. Muss man gleich mal gucken, Leute. Upgrades, was ist das? Es gibt auch Upgrades, Spieler-Upgrades. Habt ihr die gemacht? Die gibt es am Spawn, hab ich noch nie gesehen. Angriffsschaden, mehr Dias, mehr Wins. Mehr Speed. Wo kann ich denn jetzt hier Gold machen, Mensch? Dann mach mal, ich habe schon einen Rainbow gezogen. Man kann anscheinend die Rainbow direkt rausziehen. Äh, nee, den einen hast du. Ach, den habe ich von dem Pack. Meinst du? Ganz am Spawn, sagst du, ist ja so ein Gold. Yeah. So, jetzt haben wir ein Gold. Ich verstehe nicht ganz, woran ich den erkenne, aber ich müsste ihn haben. Wo ist der? Hä? Ich raff's nicht. Ach, die werden hier nicht angezeigt wahrscheinlich. So, warte mal, jetzt gehe ich mal unter Helden. Ah, genau, jetzt habe ich drei glänzende. Und ein Rainbow. Leute, man kann zwei Puppen gleichzeitig hätten, ne? Echt? Ja, mit der Superattacke kannst du beide gleichzeitig hätten. Ach so, ja, okay, das ist ja, das ist ein alter, alter Hase. Aber wenn ich jetzt schon ein Rainbow habe, dann müsste ich doch eigentlich den einfach in die Void-Maschine klatschen können, oder? Hätte ich mir die Mühe ja gar nicht machen müssen. So, hier ist die Rainbow-Machine, so. 75 Prozent, das klappt auch bestimmt. Äh, 75 Prozent? Ja, hat geklappt, lass. So, jetzt habe ich zwei. Ne, der ist anders. Ach, das ist ja eine Seltenheit einfach. So, jetzt haben wir ein Rainbow. Jetzt gehen wir zur Void-Machine. Hier trainiert Kampo, Alter. Hä, ich bin hier auch. Ari, die da auch. Moin. Moin. Jetzt haben wir ein Void-Katakuri-Max. Der gibt mir 120 Boost. Boah, Bruder, der ist anders brutal. Das guckt euch dem an, der hat so eine Aura. Kann ich da weiter? Guck mal, Gammu, hier, guck mal den einen an. Hier, der hat so eine Aura. Jo. Ja, ich sehe, ist der da in der Mitte. Ja, ja. Läuft bei dem. Du hast vier Ace, ey. Was läuft bei dir? Der hat 100. Der hat eine komplette Ace-Armee. Der gibt mir mal 120. Ich mach 15.000 jetzt im Training. 10 Wiedergeburten kostet das. Oh, ja. Okay, einem von euch schenke ich jetzt mein Ace. Nee, ich hab gelogen. Mein Katakuri-Max Void haust hier. Okay, und wer kriegt das? Ihr seid nicht so hyped irgendwie. Was? Wer? Was? Nicht der Ace-Katakuri-Held. Ich fordere dich zu einem Schwertkampf heraus. Oh, mein Gott. Ja, lass diese Schwertkampf-Battle machen. Das wäre lustig. Ja. Aber da können wir jetzt vielleicht ewig warten, wenn wir Pech haben. Ja, aber gerade eben wurde eins vorgeschlagen. Okay, dann scheiß drauf. Ihr müsst. Ich weiß auch nicht. Da macht Steinschere, Papi. Ihr müsst auf drei sagen, was ihr machen wollt. Okay. Du zählst runter. Auf drei, ja? Ja. Eins, zwei, drei. Stein. Papier. Was hat die Gabo gesagt? Stein. Oh, da hat Elina gewonnen. Elina hat anders gewonnen. Yippie. Yippie. Ja. Glückwunsch, Elina. Ich gönne es dir komplett. Der ist richtig stark. Der ist richtig stark. Das ist ja ein starker Held. Das ist eine tolle Erfahrung. Hä? Das rüstet ihn aber auch aus. Ja, natürlich mache ich das. Wow. Ich packe ihn null. Junge. Alter Schwede. Jetzt kannst du Gabo noch mehr vernichten. Das war's mit dem Schwert Simulator in Roblox. Meine Freunde, lasst eine positive Bewertung. Da wird mich sehr, sehr freundet. Abonniert natürlich auch den Kanal kostenlos. Würde mich auch freuen. Und ja, bis morgen. Haut rein, euer Benson. Ciao. Ciao. Wow!